hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge ls 19 ps4 hier auf der felsbrunnen ja starten neue woche den maschinen seht ihr drüben schön an das ist ja auch leise unterwegs ins neue treasure diese woche ist ja noch ein feiertag gibt es also noch mal eine folge mehr schaffen wir noch ein bisschen mehr mal sehen ob es schon mehr geld rumkommt lassen uns mal überraschen daher war er fertig ja mal den ballen entladen 12.484 ich bin mal gespannt was vor uns so gut bleibt zurück kommen wir ja nicht wieder auf so So, dann hängen wir mal Anhänger auf, vor allem verladen. So will noch natürlich nichts hier vor. Ich muss noch ein bisschen geschickt voran fahren. Ein Hänger schiebt ein bisschen sonst drüber. So will noch passiert dann? So will noch mal leben. So fahren wir jetzt am besten lang. Was geht hier für den Schopf und so? Die Wochen geht ja gut los, ne? Der ist mit dem Zeitraum abgebogen. Wir wollen nur raus, ja. Dadurch, dass die Räder so weit stehen, auch bei den Hörern, das Gewöhnungsküttel. So, dann sehen wir, was er noch bekommt. Nichts dazu. Dann war es natürlich nicht so günstig, als wie beim letzten Mal. Also kein Zusatzlohn. Ärgerlich. Wir blockieren unsere Sähmaschine ungünstig. Ich wollte das nicht mehr so gut machen. Wir wollen die Säge so weit stehen und wir können die Säge so weit stehen. Wir wollen die Säge so weit stehen. Der 779 Preis steigt immer noch. 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 会omer 1 the 799 Preis steigt immer noch. Der 798 performing지도 steigt immer noch. Der 699 Preis steigt immer noch. Der 71まで steigt immer noch. Wenn man jetzt wüsste, was man als Abfahrer kriegt, kann man es einfach probieren. Oh, 20.000 mal hin und noch. Ah, mir dachte es genau. Oh, 20.000 mal hin. Wohin muss man nach rechts ziehen müssen, oder? Das ist besser. Wir sehen, wie wir brauchen. Oh, da wollen wir sehen. Da hat einer einen Baum auf der Straße gestellt hier. Jetzt geht es ja schon gut los mit der Mission. Das ist schön. Oh, jetzt gehen wir quasi unsere Seemaschine im Weg. Da werden wir auch fast mit unseren Trecker hochkommen. Das sind Abfahrung. So, erst lassen wir die Dinge mal fahren. Ja, gucken wir mal, wie sie dann kündigt, wie sie es geschafft hat. Die Seemaschine wird kapiert, ist klar. Die Seemaschine wird kapiert, ist klar. Die Seemaschine wird kapiert, ist klar, hier eine Ausflucht ab. Die Seemaschine wird kapiert, ist ja unser Neckszimmer. Das ist einfach mal. Die Seemaschine wird kapiert, ist klar, oder? Die Steuze wird kapiert, ist klar. Das ist ja, das ist einfach. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nach Mais müssen wir definitiv pflügen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So wie es aussieht, müssen wir auf der 13 auch nichts machen, können wir glatt weiter ansehen Untertitelung des ZDF, 2020 Aber ich würde sagen, wir schauen uns morgen an, ob das eine gute Idee wäre, mit der Mission in der Feld 1, die wir ja nicht zu unserer Baumwolle zusätzlich gekriegt haben Doch mal vielen Dank fürs Einschalten, dann sehen wir uns hoffentlich Dienstag wieder Bis dahin und Tschüss